Hallo Kinder, ratet mal wer hier ist. Ja, ich bin's, Bob. Kommt mit zur Lernstraße mit Bob. Hallo Kinder, ich bin Bob die Bahn, euer DJ und Gastgeber. Willkommen zu unserer Phonix Show. Die Teilnehmer in dieser Show sind die Buchstaben des Alphabets. Ist das nicht cool? Sie werden singen, tanzen und uns Klänge beibringen, die mit den Buchstaben beginnen. Und jetzt ein großes Hallo und Willkommen an unsere wunderbaren Preisrichter. Seid ihr bereit, Preisrichter? Ja, Bob. Ein herzliches Willkommen für unsere einzigartige Miss O. Oh, 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 ich bin Miss O. Ich bin oh, oh, oval wie ein Ei. Kommt, wir braten eins oder zwei. Sie ist sauer und süß zugleich, nicht zu hart und nicht zu weich. Es ist die Orange, eine spritzig leckere Orange. still hört dir diesen Ruf, Neul im Kampfanzug. Oh, 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 O. Eine weise, alte O. Eule Eine Eule bleibt im Baum, schaut man sieht sie kaum. Es ist eine Oh-Oh-Otter, eine langsame, süße Otter. Die meisten Vögel fliegen hoch, doch einer kann das nicht. Ein A-A-A-A-Ostrich, ein schöner, schlanker Ostrich. Strauß! Eine Seekreatur, erbarmen, erschrecke dich nicht. Oh-Oh-Oh-Oh, Oktopus, ein achtarmiger Oktopus. Ich hab' nen großen Affen gesehen, warte, dann siehst du ihn auf. Ein O-O-Orang-Utan, ein riesiger O-Orang-Utan. Schlag' ein paar Eier in der Pfanne auf, rühr sie durch und iss sie auf. Ein O-O-O-Oomelett, ein leckeres, lockeres Omelett. Ich liebe Regenbogenkuchen, den müsst ihr mal versuchen. Frisch aus dem O-O-Ofen, einem kleinen, heißen Ofen. Von ner O-O-O-O-Onoen, einer scharfen, rosa Onion. Alle Fans von Miss O sagen Yo, 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 yo. Richter, ich bitte um eure Stimmen. Oberklasse, toll. Nochmal Oberklasse, oh, wow. Danke an Miss O und die tollen Richter. Wir sind bald wieder hier, um den süßen Klang anderer Buchstaben des Alphabets zu hören. Bis dann, adios. Hey Kinder, seht euch dieses Video nochmal an und zählt die Worte, die mit den Buchstaben dieser Episode beginnen. Vergesst nicht, die Antwort in der Kommentarrubrik weiter unten einzutragen. Danke!